Es ist, ja die Lernkurve von diesem Game ist krank teilweise, aber es ist nicht ganz cool. Das sind solche Sachen, die, wenn man sich da mal reingefuchst hat, ohne dieses Rage-Quid-Moment, dann macht das halt auch schon Spaß und kannst einige hundert Stunden rein investieren. Ich spiel mal gegen fünf und sechs Sterne. Kannst du mich am Arsch. Die dich alleine an Sound durch die Wand headshotten. Ja, ja. Rechnen ja schon, ich bin heute schon immer so ein Dreck. Wenn du dieses Spiel anfängst mit den Jungs, die alle irgendwie prestigig, ich weiß nicht was, und auf wie viel Sternen sind und du selber gerade mal Anfänger bist, du kotzt halt unter dem Strahlen. Das war so ungefähr mein Anfang. Danke Chris, für dein Gehen. Das Problem ist, du kannst ja die Schwierigkeiten so gesehen oder die M&R nicht runter droppen. Also ja, kannst du, was braucht ewig. Und b, du kannst halt sagen, weil du jetzt einen neuen dabei hast, kannst du jetzt nicht sagen, wir gehen jetzt in Anfängerlobbys. Das war das Werder-Neu-Down-Fair gegenüber den Leuten, die jetzt schon mal ein bisschen das Spiel gespielt haben. Das ist richtig, aber trotzdem, danke schön, lieber Chris Nummer 4, für dein Raid. Ich war vor dir. Du kannst nebenbei mal deinen Stream hier reinschicken. Kann man auch mal zuschauen. Mhm. Sehr sozial. Ich kann nicht sagen, ich kann nicht sagen, ich kann nicht zu nehmen. Ich glaube nicht, dass du gerade Final Fantasy spielst. Ich glaube auch nicht. Ich habe gehört, das heißt Hunt Showdown und ich gehe hier mal, sagen wir mal Wild Shadows oder so. Komisch, Chris. Du bist vor mir, ich bin vor dir live. Hast den Raid bekommen. Ja. Vielen, vielen lieben Dank. Womit habe ich denn das verdient? Oh, da siehst du, oh geil, der kann geballert werden, Digga. Da muss ich jetzt hin. Das Waffen. Bei dir weiß man nicht, Chris. Also nicht Christoph, Leute, wenn du bescheid bist. Ja, alles gut. Selbst wenn, das ist easy. Christoph schläft, der ist K.O. Hallo, liebe Raider. Ich möchte mal kurz merken, anmerken, ja? Was habe ich gemacht? Wir haben fünf, fünf, äh, fünf Kills, also fünf Abschüsse. Ja, kann sein. Jo. Ja. Wir haben vielleicht das eine Team mehrfach gekillt. Also ich lag, ich lag im Dreck. Loll, hi. Jungs. Ich fühle mich verfolgt. Wieso verfolgt? Danke. Deine Player heißt Proteos. Oder Proteos. Und so heißt halt auch der, äh, einer der Endgegner, beziehungsweise eine der höchsten Missionen in Rainbow Six Siege Extraction, wenn du durch das Portal gehst. Und ich hatte heute Mittag noch eine Runde, wo ich gegen dieses scheiß Idioten Vieh gekillt habe, oder gekämpft habe. Okay. Deswegen fühle ich mich gerade ein bisschen verfolgt. Danke für dein Follow. Hallo. Zwei Mal Live, zwei Follows und einmal resubt gehabt. Was war los? Oh Gott. Kannst du nicht sehen? Ich bin mir sicher, dass dir du gesubt hast. Irgendwie gesubt. Ich weiß nicht, wie du da drauf kommst. Was ist da denn los? Alter, ich verstehe die Welt nicht mehr. So zwei Monate lang komplett offline. Und dann einfach mal so, ja, ich trüfe heute einfach mal zweimal, dreimal am Tag. Komplett random. Und dann einfach so, ich hab da drauf Bock. Danke Mario Barth für dein Follow. Das sind übrigens die beiden, die gerade gefollowt haben mit den Leuten, mit denen ich in Discord und im Spiel rumhocke. Ja, da steigt die Twitch-Community. Das ist richtig. Das ist die Rider-Community, habe ich gehört. Wichtig und richtig. Richtig und richtig. So, muss das. Oh ja. Tu ich das oder tu ich das nicht? Ich hab Bock. Ich hab Bock. Ich hab Bock auf die Schnitzel. Keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, jetzt spreche das Game bitte richtig aus. Hand, Schau down. Habt ihr... Immer. Maximal. Chris, du Wahnsinniger. Hau da mal zwei jetzt hin. What the fuck, fünf Stufe ein. Das sind, ja. Fünf Stufe eins. Habt's raus, Alter. Bist du bekloppt im Kopf? Du scheinst sie zu kennen, da fragst du. Ja, Chris Nummer 4 ist einer meiner besten Streaming-Partner eh und je und ja, wird so viel Scheiß geliehen erlebt. Ohne Witz. Und da drin ist doch cool. Langejähriger Freund ist doch mal gut. Weiß es nicht. Meinst du wohl verdient zu haben? Ich weiß auch nicht, was ich richtig mache. Ich bin aber... Weiß ich nicht. Danke, 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 danke. Du bist einfach du. Ja, anscheinend. Wanted, pass auf. Ich bin unterwegs. Pass auf. Jetzt greifst du mal kurz nach den Sternen. Ne, wenn ich nach den Sternen greifen würde, würde ich sagen Paluten. Pass auf, ich komm. Weil der macht so locker im Jahr 20 Millionen mit YouTube. Hallo, meine Engel. Aber mir wird ja schon eine reichen, ne? Du. Ja. Ich wäre auch gut dabei. Weißt du, was mir schon reichen würde? Das war schon der Zehnstufe 1 Abos. Willst du mich verarschen? Ich glaube, das hat gerade richtig Spaß, dich zu triggern. Ja, der triggert mich halt richtig hart. Diga, hör auf. Das ist schon putzig. Mir würde alleine dieser typische Cent, der sich alle 10 Minuten, verdoppelt reichen. Ja, oder fürs Arzt. Das würde mir schon reichen. Ja, das hast du ausgezwinkert hast. Du brauchst gar nichts mehr zu machen. Du kannst kündigen und nicht zurückbleiben. Zu blöd das klingt. Lady Blackbear bedankt sich bei Christo das geschenkte Abo. Macht Spaß. Macht Spaß. Ich meine, jetzt muss ich mir extra für dich nochmal Sarah in Warzone holen, Alter. Ich finde zwar ein Kack-Boo, was das angeht, aber hey. Äh, Ryder? Schreib sie nur noch ganz kurz im Discord vor den Namen, noch eben live, bitte. Watt, das ist ein Server-Nickname. Moment, ich bin gleich wieder so hier. Weil ich sehe das gleich kommen, dann joint hier in den Normen rein oder so und dann wärst du das nicht. Genau. Ja, ich hab's das erste Mal immerhin getroffen. Das reicht schon mal. Gib mir mein Wurfmesser zurück. Mieses Stück. Oh, schüsse. Wieso kann ich den denn nicht bearbeiten? Ey! Das wär mein Kill gewesen. Ähm, wo? Dieses, dieses, ganz leise, ey, das war meiner. Hello, unterhalte die Leute, ich bin grad im Discord, kann man da durchdringen grad. Privatsphäre, nee, Profil. Server-Profil. Einfach rechtsklick auf deinen Namen und Server-Profil beendern. Kannst du dort einen Namen einfügen? Stirb bitte beim Rumstehen nicht. Oder ich ändere deinen Nickname, eben wenn du willst. Ich bin grad so doof, weil der will immer Streamer-Monofilien. Oh, da hinten ist ein Immo. Äh, wir sind bei der Spinner. Ach, nö. Ist doch wohl ein Spinner. Da ist ein Immo, ich mag nicht, brauche deine Hilfe. It's that who wasa. Ja. Ja, du weißt, ich kann mit den Dinger nicht klar. Das tut. Und hier ist Uwu. Uwu ist immer schön. Komm, komm. Ich muss ja kurz raus. Digga, ich war zwei Monate, das haben wir heute schon bei Sims geklärt, ich war zwei Monate nicht da. Einfach nicht da sein, wie kann das bloß sein? Eventuell war ich mit dem Server beschäftigt. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Was auch noch gestreben wird bei, keine Säure. Aber, nee. Ohne Witz. Ohne Witz. Dieses Geklacker von der Spinne, ne? Also ich bin doch schon ein bisschen erregend. Warte mal noch. Ich geh da nicht rein, das kannst du vergessen. Nö, 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 nö. Das, das ist okay, aber wir warten bis, äh, hier, Marc, den Hinweis, hast du den Hinweis mal? Oder nicht? Moment, kann ich aber holen, wenn ich ihn... Ich hab einfach mehr Punkte. Ist nämlich hier vorne der Hinweis? Oh, hier ist ne Axt. Mädels, bewegt euch ein kleines bisschen, please. Ich hab gerade ne Axt geholt, lass mich. Natürlich bin ich ne Wunder, ich das ist immer noch so... Meine Vögel wahrscheinlich. Oh Gott. Das war meine, Marc. Das war meine. Ja, das ist, alles gut. Ich kann mich nicht konzentrieren. Kurz stehen bleiben, bitte. Alles gut. Ich glaube, wir kriegen vom Gefängnis aus Besuch. Ab zurück in den Compound. Darf ich rein zur Spinne oder nicht? Ja, 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 ja. Jetzt kannst du rein. Sorry, dass ich gerade, äh... Ich hab grad selbst gehört, deswegen. Äh, ist die empfindlich gegen Feuer, oder...? Äh, ich glaube schon. Ich hab Brandbomben, wo ich hab, oder? Splittergranate dabei. Ja, das Problem ist, du brennst damit auch den Weg von uns zu, ne? Würde nicht machen. Oh, Jesus. Das ist ein Problem. Nicht. Oh, ich bin vergiftet. Ja, passiert. Also, lass dich nur von der nicht killen. Oh Gott, der Roller gefallen. Was ist denn los? Ja, das ist kein Thema. Danke, Miller, für dein Follow. Hier ist die Spinne unten. Ich bin weg. Resident Evil 7, oder was? Die kommt wieder hoch, ganz schluss. Ich auch. Hau die jetzt mit dem Schlag in. Immer noch weiß. Alter, was ist denn los, Freunde? Schickt sie zu mir, ich hab ne Axt. Mann, bist du richtig spinnig. Ich möchte ein Hohler sein. Jetzt rennt die mir davor. Die rennt immer dem... einem hinterher. Ja, wir sollten ein bisschen zusammenbleiben. Dann ist der relativ nahe. Ich setze ein paar Fallen an den Aaruss in Eingängen. Vorsichtig, bitte. Flutung stoppen. Kuss, kuss. Ich hab keinen Ausdauerschein. Nicht verlusten. Ja, ich trink gleich was. Was soll los? Oh, shit. Ich will mich gut teilen, aber ich will den Dode. Oh, ich hasse Spinnen. Ich hasse sie etwa so sehr. Ja. Wollte sie mir die Axt geben, dann mach ich das. Oh, 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 no. Ist sie umgebrochen, oder was? Die saß gerade auf mir. Spieler, 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 Spieler. Hallo? Friendly? Ich mach dich jetzt einfach anders weg, es ne? Klar sind wir friendly, Alter, was glaubst du denn? One hell? Alter, ich hoch, bitte. Geh dabei. Ja. Na, komm her. Oh, alter. Oh, nö. Okay, du bist es. Okay, also jetzt. Ja, ich versuch. Ich bin zu dick. Oh, jetzt hat sie sich auch nicht gesetzt. Also, ich schulde sie sich zu an, ne? Ich bin am Boden. Ich sterbe, oh my god. Das eklige Vieh. Ich wollte dich gleich. Aber macht nicht viel. Wir haben einen Player in der Nähe, denk bitte dran. Dixi. Er ist auf dem Tag, der ist auf dem Dach, mit Teil Dach. Das ist, like, somebody died. Mach dieses Chibit jetzt endlich weg. Ja, ich bin dabei. Also, das war jetzt kein Angriff, nur... Ist tot. Äh, aus Westen. Aus Westen, aus Westen, aus Westen. Schön. Good job, guys. Good job. Well done, well done. Der ist dann auch sehr cool, süß. Äh, der redet mit uns in-game? Ja, ich höre es nicht. Ja, aber ihn reinlassen. Ich auch nicht. Es sind mehrere. Wir können zusammen feiern. Mach ein Bier auf. Einer ist tot. Oh, wo ist das? Oh, shit, Blendgranate. Ich rieche. Yo, open up. Knock, knock. Unter mir. This is the police. Oh, ow, fuck, ow. He fucking shot me, man. Get him. Get him. Get him. Now, don't you do that again. Fucking dickhead, man. I'm in pain. Hinter dem Dach. Da ist ein Mima, vorsichtig. Spiel mit Star Shell. No, leave that open. It's better. Ah. Fuck. 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 Huh. Limit. oh shit sind die oben? Randmunition unten die Tür ist versiegelt mit einer Bombe äh mit der Dingens oh no oh ich hab krass da was ist ein gehittet yes oh you opened the doors open fucking hell you're throwing everything you fucking can out that window I didn't even go to the doors can you not hear me? is it my fancy for now? ja einer hat ein Hit, ich verraten Hit au 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 da ist gerade weggelaufen, ich konnte nicht schießen die sachen rein was war klar vorsicht er kommt jetzt rein ja die wir haben sich das bounty geschnappt ich hab nichts mehr zum schmeißen scheiße sind hier draußen habe einen angehittet habe zwei angehittet da hinten draußen müssen wir aber es bringt halt nichts ist ein steller die scheiß brandbombe ich habe sie nicht gehört siehst du genau wo sie sind du kannst drücken um die schatten an sich zu sehen dann siehst du die blitze das schon ich habe sie gerade wenn ich noch ein scope gehabt dann habe ja zwei getroffen aber die unterholzverarbeitung habe einer gerettet weitschert jetzt hätte ich halt ein sniperskop gebraucht hätte ich ein zumindest hat schocken können ja die rennen durch zum ausgang würde ich auch mal genau so gemacht sag mal wo kriegt man eine akka 47 herr mit brand munition gibt es keine da ist so heftig das sind wie gesagt die spiel mit starshell also mit mit leuchtfeuer munition ja dies ist noch mal habe ich tatsächlich jetzt noch nicht gesehen alles gut kein vorwurf die werden wir nicht mehr kriegen dildo sagt niemals nie die haben windhund die werden wir nicht kriegen also die haben perk dass die schneller sind bis wir die haben perk dass die mehr ausdauer und schneller rennen ja weil da fahren die nicht so eine coole community wie wir sind so dass ich gerade nicht streame ich bin zwar verendet aber gut dass es sagt jetzt sind sie gleich draußen im spiel ja die sind weg das johann ist lust weil ich aber immerhin überlebt nach ich lag nicht am boden obwohl ich bin auch ich bin noch so langsam aber wo laufen die überhaupt hin da ist gar kein ausgang ist korrekt der ausgang ist unten laufen aber zum erleichtern warum auch immer also entweder verchecken sie grad vollgas wo sie hinlaufen oder ich vermute dass das youtuber oder irgendwas derartigen sind und die trollen wenn ich jetzt mit push to talk funktion ich jetzt um die geredet wir sitzen wahrscheinlich alle im tower im leuchtturm weil sich wertgeschossen von euch ich habe geschossen viermal insgesamt was da immer ich da oben gerade hätte ich kann es nicht können dass ein spieler hätte ich habe gerade eine spieler viermal angehittet wird ziemlich verarschen das sind auf jeden fall spieler und ist er das tot oder von oben ganz oben in der mitte noch einer tod vielleicht brennen sie jetzt wir haben das sind mime die haben hier unten alles zugemacht mit stacheldraht ja ich habe noch wurfmesser soll ich rüberkommen ne halt mal oben ruhig die ganze scheuere und sie sind ganz oben halte schießt immer ruhig rein habe ihn einmal habe ihn zweimal er ist tot er ist tot immer wieder drauf schießen die wenn sich immer wieder wiederholen wir werden irgendwann wanted sein nebenbei dass ein hentai noodles das sind was hentai noodles schöner schuss ich glaube dann beide getroffen jana das ist gut möglich ich habe auf jeden fall getroffen ja ich habe auch geschossen wie deiner tod wie deiner tod der eine mit dem scheiß bounty wird unten drunter sitzen und immer wieder alle holen guckt mal dass ihr dass ihr die leute da oben für den ersten feindlichen nein das sind schon ja welche dass ihr da oben die leute ein bisschen unter strom haltet also wie oft will sich ein mensch killen lassen das ist richtig käti nochmal bitte wenn es geht ja sind wir müssen gerade tot sein im moment aber ist auf jeden fall gerade kein ada ok er ist dann und da ist noch einer dann aber ich bin unexplosiert anscheinend ich muss nachladen es guckt hat wieder einer ja die sind beide da ich habe den zweiten todkörper mit rein bitte einer noch ich bleib weiter draußen ich bin tot ach leute ich müsste jetzt irgendwie weg kommen wir haben jetzt alle beiden bounties wieder oben schaut mal keiner hol mich jetzt wieder hol mich jetzt wieder weiter lauf da links rum das ist so ob wir es hier im fenster ist einer auf mittlerer höhe sehr gut um einen können wir secure tot nennen sein die haben nekro läuft nach oben ich bin jetzt am fenster der vorsichtig weiter habe ich jetzt angesteckt mit feuer aber ein hab ein hab ein hab ein der keine zweite kommt der zweite kommt und dann sind alle tot schön das war dein erstes spieler wo ist mein pepe ist ein klei schöner support jana wenn ich gerade am anfang kurz geflammt habe alles gut aber das war ein komplette mimo ne also wenn ihr die loaddots anguckt dann siehst du das ich komm zu euch rüber ok starshell schroflinte doppel starshell schroflinte der anderen doppel starshell schroflinte die dritte choke armbrust und starshell schroflinte ich habe ganz spontan bock so eine leiche anzuzüllen ganz oben ist eine laterne lass mich bitte auch ausloten ja so wahrscheinlich dann kann ich währenddessen für babe nütze die wecke die trotzdem schöner fight jungs und konsorten ihr könnt euch auch hier noch das zweite bounty holen weil restliche bounty wird jetzt alle zu uns kommen wahrscheinlich wir haben gerade extrahiert wir haben noch ein bounty offen bei lawson station wollt ihr euch das holen äh rider wie sicher ist das ne von moichler das ist nicht so weit weg es hat gerade einer an bounty eben extrahiert aber das war ein solo sonst hätte der beide mitgenommen ja ja eben deswegen hier ist noch zum looten einer das heißt es könnten halt auf jeden fall noch welche unterwegs sein hast du dir jetzt gerade deinen weg zugebracht nein ok tatsächlich nicht ja da hat er nicht hier ist noch einer zum looten rede ich kenn sachen ja ja schon recht so aber ich würde jetzt gerne erstmal im Norden das supplypointing mitnehmen weil ich hab gefühlt nichts mehr ja ich bin auch ziemlich leer flacheisen kann ich nicht gebrauchen ok ich hab mehr munition das ist flacheisen aber ich liebe die äh die waffe die ich hab ne also meine mates zwar kleinkaliber mit als hauptkarne ohne aber halt eine schrubflintenladung unten drunter ich hab mir gedacht die hentai nudeln warum eigentlich hentai nudeln hat mark gesagt äh ein streamer psycho ghost nennt die hentai nudels ich glaub das hat er war auch tatsächlich von jemand anderem aber ich seitdem ich jetzt ein paar mal gehört hab bei dem nenn ich die immer hentai nudels ist keine ahnung frag nicht ist stupid aber ja ist ein putziger begrafen ist gut ich dachte nur es hat vielleicht einen hintergrund einen hinterengrund sorry ich bin etwas nervösiger hupes adrenalin freunde so bevor ihr jetzt munition nimmt wir haben noch alle kisten voll wir können alle drei zwei kisten aufmachen so ich geh jetzt hin genau jana mach jetzt noch eine hier auf bitte äh ja so dann geh ich jetzt hin und mach die und die jetzt kannst du jetzt kann rider die bei nämlich noch öffnen dann hat jeder die gleiche amount an munition gekriegt hier ist noch ein heildeutsch zack 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 kack zack happy meal happy meal erlernstein und eine bombe laterne wer möchte wer möchte lauf 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 ah ich brenne du assi ja na ich hab auch noch eine brandbombe dabei ich hab euch auch nein nein eine brandbombe ist fies aber ich kann nicht betreffen gut dann lass uns das baumtee noch mitnehmen weil ich denke mal so blöd das klingt dass wenn noch mehr player da wären dass das schon längst gesnackt wurde oder schüsse weiter käme wahrscheinlich ja trotzdem wir checken mit der sicht checkst du ich heb meine auf ich hab nicht ich hab nicht ich hab nicht ich hab nicht meine easy ja du kannst das bounty was da jetzt nicht alles gut ganz ich wollte nur euch mitteilen dass ich keine fähigkeit momentan habe das ist alles was ich euch mitteilen du kriegst jetzt du kriegst jetzt hier das bounty was da liegt ich will doch gar nicht ich will Spaß auch nicht nech nech ich glaub trotzdem mit der ja oh na es geht voll ist nicht wir müssen nur ein bisschen nach oben ich wollte eigentlich nur den hier Hitzkopf mitnehmen ich bin auch hinter dir oh meinen zweiten Hitzkopf besser Alfred Hitchkopf wow hab ich gemerkt wie langsam ich den ausstrecken musste damit ich mich nicht verhospel Alfred immer noch Klee lange bisher hab ich schau nochmal direkt an der Wand da hinten und wenn das auf jeden Fall immer blau ist und das bin nicht ich aber am Ende ja das ist der das ist der Hinweis äh nicht das Hinweis das ist der ähm mit Teil das Bounty selber oh hier liegen Kleeer tote oh cool schießt jemand Kleeer was hatten die dabei gehabt oh ihr hatt ne dicke Schuhlflinte wer will ne danke Winfield neu am schlag ja mal 4 Schuss nur ne nimm mal mit wegen Punkte also wegen ähm ja bounty ja jetzt hab ich ne Waffe mit 4 Schuss ähm wir werden noch Munition finden alles gut checkt nochmal ich schaff ab ich schaff ab hier ist ammo für dich rider ne ich war irgendwo noch ein zweiter Player wenn ihr schon gelootet ist wenn du siehst du wie die aussieht frage ist wie wird sie nach oben getommen ja hier ist dann nochmal doppelt ammo für euch ich hab ne Laterne und ne Uwu Küste gefunden so äh hier liegen da zwei Player aufeinander direkt sehr gut beide nicht gelootet beide nicht gelootet Sparks der hat Munition für mich die nehm ich so wer ist mir ist auch noch ein Player ne so du hast recht echt jetzt während zahlen also eine mose mit brand loll was dann change ich mal ganz kurz genau nehm ich deine Pistole raus rider eine Hand anbrust ja ist okay jetzt also du hast die schrubflinte weggelegt ne ja wir sind übrigens immer noch clear äh weil du hättest jetzt wenn du jetzt beispielsweise du hast jetzt eine schrubflinte in der Hand und du hast jetzt für die schrubflinte keine oder kaum Munition ja dann siehst du dass der als Secondary eine Pistole dabei hat die sowohl Schrot Munition als auch jetzt in dem Fall Brand Munition ja 4 Schuss für die Schrot und 22 Brand für die Waffe genau und wenn du jetzt ok ich hab andere Stats aber ist egal ähm du gehst hin beispielsweise und nimmst jetzt deine Pistole raus also deine Secondary ja und wechselst mal deine Secondary mit die die auf dem Boden liegt ja und wechselst wenn du so deine Armbrust wieder haben willst nimmst deine Armbrust jetzt wieder auf und dann lässt es so so jetzt hast du aber aus der Pistole die schrubflinte Munition die extra war die nicht eingeladen war die extra war mitgenommen das heißt du hast deine deine Hauptwaffe ist wieder mehr Muni und das kannst du mit jeder Munitionsart machen die du auch mit dabei hast sei es jetzt da dich eine Sniper Rifle und du hast Long Ammo also die die große Ammonation dabei ja kannst du das damit auch machen das ist scheißegal das geht mit allen Munitionsarten ich hab mir auf jeden Fall ja das ist sehr gut also loot ich automatisch die Munition die für mich äh du nimmst die Munition mit die du für deine Waffen die du hast gebrauchen kannst und die nicht eingeladen ist in der Waffe das heißt sie nicht in einem Magazin ist sondern die separat mitgenommen wurden ok wollen wir zum Ausgang dann geht hier so richtig creepy neben mir creepy hast du schon mal da hast du schon mal da gesehen was heißt soll ich dir in den Kopf schießen das ist ab in den Norden der Sonne hinterher ejo was geht 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 eindschuldige mich ich seh Bücher ich sehắn Eisenbahn ok chill Ich sehne Leiche ne Auto oder zurückgelegen zur Kunft darunter De elorian hat mir das nicht so die Tage nach auf Eastlife Ja hab ich eingefingen der scheiß Deelorian dritte дома um die Autos nochmal funktionieren ja wir müssen alle einstellen Leave ist hier Es ist kein Thema für das Streamer wenn bombschen als eclipse Du willst das, mir ist das egal. Nicht im Stream, das ist rein kompetitiv. Ja, ich kann sagen. Rein kompetitives Gameplay. Aber wenn ihr wissen wollt... Wenn ihr die Dinge nicht kennt, was? Du weißt doch was kompetitiv ist. Ich weiß nicht. Aua, ich bin kein Zombie. Ich bin zwar hesslich, aber ich bin kein Zombie. Du bist ein Assi-Vogel. Ich hab Brand-Munition, ne? Dafür muss man treffen. Du 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 du. Du 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 du. Du 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 du. Du 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 du. Okay. Okay. 30 Sekunden. Rede. Ich hab nichts getroffen. 15 Sekunden, 14, 13, 12... Aus der Entfernung kann ich's werfen. Alles andere überpackt mich die Löwen. Bisschen, ja. Nebenbei, du hast jetzt einen Mosin dabei. Mit einer der stärksten Sniper, die du so kriegen kannst. Der Berthier mit der Sparks und der Lebelle zusammen. Das sind so die Top... Also von der Munitionsart die Top. Ich kenne die Karin und nimmst jetzt Slug. Also dann nimmst du sowas wie Slugs, mit ihm macht ein bisschen mehr Bums, aber hat nicht so eine hohe Reichweite. Ja, weil es eigentlich schrubbeln muss. Korrekt. Ja genau, speichern mal die Anwendung erfolgreich. Ich spiel zwar schon fast eine Stunde, aber Anwendung erfolgreich. Sehr schön. So, ich erwarte jetzt irgendwie den nächsten Tag auf YouTube von wegen dem Video von Troller spielen Hand oder sowas. Irgendwie... Ich meine, Jäger getötet 15, das ist halt schon... Ja, das ist halt schon irgendwie... Aua. Wie hieß der Dixon Nord? Ich hab keine Ahnung wie der heißt. Vicky Enormous. Komm zurück. Du bist alle dwellern. Wetter beriste jesteśmyRIровisch. Und dann wird es wahrscheinlich so universitäts surprised. Vielen Dank.